Die Schüler von der 11. Klasse sprechen über wichtige Reise in unserem Gymnasium. Hört bitte, Deutsch ist der Schlüssel. Hallo, ich heiße Serhi. Wir haben eine Fremssprache Woche, Anfang am 11. März. Er ist eine interessante Deutsch- und Englisch-Verangsprache. Unsere Lehrerinnen organisieren lustige Quäste und Spiele für die Kinder. Wir machen ein Rundfunkprogramm für dich. Die Sieger werden Zertifikate bekommen. Ich werde in der Fremssprache Woche gerne teilnehmen. Hallo, ich heiße Xenia. Letzte Woche hat unsere Schule am 8. März ein Fest gefeiert. Es war ein wirklich schöner Tag. Wir hatten ein Unterhaltungsprogramm. Alle Mädchen wurden für die Party eingeladen. Wir haben Lieder gesungen, getanzt und sie erholt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir hatten eine gute Zeit. Wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer gratuliert und ihnen Gesundheit gewünscht. Hallo, ich bin Annelia und ich möchte unserer Klasse-Kammerat gratulieren. Heute hat Burdan Geburtstag. Es gibt viele liebe Worte für ihn. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Erfolg bei Prüfungen. In der Deutschstunde haben wir lustige Lähte gesungen. Hallo, ich heiße Nassia. Ich möchte über das Wetter in der Ukraine am 12. März berichten. Gutes Wetter wird in der Ukraine erwartet. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Es gibt keine Wolken. Die Luft ist sauber. Es ist nicht kalt, etwa 70 Grad Wärme. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.